Hallo, heute ist Klatschtag. Hi, okay. Tut mir so unglaublich leid. Aber es ist alles gut, aber wir sind heute beide ein bisschen verglätscht. Deswegen kommt die Folge auch später und deswegen ist heute alles ein bisschen ruhiger. Ja, wir waren heute unterwegs, es ist warm. Ich habe eine Katze auf meinem Schoß, die unglaublich verlangend nach Kraulen gerade ist. Es ist schwierig zu zocken, damit einer, guck mal, die Technik ist. Wir sind alle komplett verglatscht hier. Ja, ich habe heute aber Abschluss gehabt. Zumindest den ersten. Wobei, die meinten ja irgendwie, heute der war sogar noch krasser. Der nach dem dritten Ausbildungsjahr wird gar nicht so besonders. Wo ich mir denke, hä, das war ja jetzt auch nichts krasses, ne? Ich würde sagen, es war auch nur ein Stuhlkreis mit einem Dokument am Ende. Ja. Aber die halten sich ja, naja. Ja, ja. Wir haben einen Examen, wupp, wupp. Examen ist feier, wupp. Wir sind alle sehr enthusiastisch darüber, jetzt wo ich Enthusiast lese hier. Ich muss gerade überlegen, was bin ich jetzt offiziell? Ich sage ja immer, ja, Erzieherin, aber das heißt, glaube ich, anders. Ich habe hier einen Schalter. Ich habe hier einen Schalter. Ich habe einen kleinen Schalter. Mach den kleinen. Oh, so ein Ding. Ich kann da rein. Da kommt doch bestimmt irgendwas, oder? Weiß ich nicht. Ja, 20 Minuten Folge. Viel Spaß. Kann ich die Katze währenddessen kraulen? Ne, komm. Achso, ja, ich bin jetzt in die andere Richtung gelaufen. Äh. Ich komme mit. Ja, hier müssen wir gar nicht hin, aber ich wollte mich umsehen. Das ist auch völlig in Ordnung. Hey, was ist los? Oh, Junge. Was denn? Oh, ein Torkifisch. Schild. Bobby? Ja. Oh, Junge. Ich bin im Mixer. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Und es ist auch super nett von mir zu sagen, ich gehe einfach in den Mixer und sage dir Bescheid. Ja. Und nicht zu sagen, Bobby, geh mal in den Mixer, ne? Ich gehe auch mal rein. Juhu. Oh, Bobby, Mixer. So, wie schwer bin ich? Da ist ein Minigame aufgeploppt da unten. Ne Kartbahn. Oh, hey, let's see if this still works. All right, giddy up, girl. Da unten. Mhm. Kartbahn. Das ist auch eine Waage. Okay, ich will mich wiegen. Warte. Ja. Okay. Oh, mit drauf. Funktioniert schon noch. Nein, nein, aber hätte sein können, dass nur eine bestimmte Zahl dann kommt und dann... Achievement. Achievement, by the fact. Was? Ich habe den Fisch immer noch nicht angepackt. Ne, warum machst du das denn nicht? So, hier. Man kann auch ganz oben irgendwie hin. Die singe auch. Da oben hängt was, siehst du das? Ja, so ein Hampelmann. Ja, da kann man, glaube ich, irgendwie hersliden. Also man kann da ganz oben, glaube ich, auch noch irgendwie hin. Ich bin jetzt gerade mal hier runtergesprungen wegen... Ja. Minigame. Minigame. Kein Ding, okay. Muss man bremsen, sonst fliegt man raus? Ich glaube, einfach ein bisschen weniger Gas geben, wenn das Karriere ist. Oh, okay, man fliegt wirklich raus. Ja, okay, das ist wie Karriere. Wollte ich nur wissen, aber... Loll! Die Sache ist, wenn man... Wie geht das? Ja, wo bin ich? Ach, da. Okay. Loll, du wirst eh gewinnen. Du hast da mehr Ahnung... Ich fliege ständig raus. Wann ist das denn zu viel? Quasi vor der Kurve eigentlich immer loslassen und in der Kurve ein bisschen antippen. Bin ich zumindest früher immer Karriere gefahren. Ich... Wer hat eine Karriere-Bahn, aber ich durfte nicht mit meinem Bruder mitspielen. Der hat mir das nicht gegeben. Nee, du wirst eh gewinnen. Ich hole dich nicht mehr ein. Das ist so weit voraus, weil ich so oft rausgeflogen bin, ey. Guck mal, da ist ein Haifisch. Hol ihn dir, Bobby. Der letzte Kurve, weißt du? Okay, vielleicht habe ich auch einfach nur Glück gehabt. Ah, willst du nochmal? Ja. Jetzt checke ich auch, wie es geht. Jetzt erstmal direkt die erste Kurve rausfliegen. Oh, fuck. Die beiden sind eng da. Ja. Ich will dich jetzt einholen, ey. Ich muss hoffen, dass du rausfliegst. Wenn man ganz durchdrückt, wird lustig. Gehst du? Ja, ja, mach mal. Mach dir das mal an. Oh, toll. Das war knapp. Ich habe dich sogar noch eingeholt. Hätte ich früher draufgedrückt. Ich bin gut. Nice. Ich bin einfach Profi. Ja. Ich habe keinen Taschentuch. Doch, ich habe einen Taschentuch in der Nähe, weil meine Nase denkt sich wieder so, moin. Peach spielen sie weiter. Ich habe übrigens eine Katze auf dem Schoß. Das ist sehr süß, falls das jemand wissen möchte. Hast du am Anfang schon gesagt? Ja, aber das ist immer noch so. Das ist einfach ein Dauerzustand süß. Ja, warte. Okay, ich bin wieder da und man kann mich, glaube ich, auch wieder hören. Ja, ich glaube schon. Das schlägt sich immer so. Backstage. Da oben ist halt auch noch irgendwas. Ich denke mal, damit kommen wir weiter hoch. Nee, das meine ich nicht. Meine ich nicht. Meine ich nicht. Nee, ich meine da ganz oben. Ja, deswegen meine ich ja, mit dem hier kommen wir vielleicht da hoch. Ach, das meinst du? Oh, ja, okay. Kann sein. Vielleicht kommen wir einfach nur irgendwo durch. Ja, weiß ich auch nicht. Im Endeffekt erstmal ausprobieren. Ah. Nee, wir kommen Backstage. Na, kommen wir Backstage. Ja, es geht ja jetzt um ihre Gesamtskarriere. Ich habe das schon wieder vergessen seit dem letzten Mal. Genau. Also, ganz oben kommen wir doch nicht hoch. Also, haben wir da was verpasst? Obwohl diese Hampelmänner halt auch überall sonst gehangen haben, wo man sie schwingen konnte. Ja, aber man hätte da irgendwie schwingen können oben. Schwing deinen Dingen, ne? Symba ist wie ein Schild. Symba ist wie ein Schild. Nein, Captain Symba. Wir haben das größte Weitere von all. Deine Sprache. Deine Sprache. Deine Sprache ist ein körperlicher Mensch. Nie vergessen das. Nie vergessen das. Die Kraft der Blut. Oh, ja, ja. Ah, okay. Was war das denn? Okay. Was war das denn? Aber echt, ey. Demo. Helden. Ja, wenn ich halte, passiert nichts. Oder steht auch Helden. Ja. Passiert aber nichts. Ich muss mehrfach drücken, damit die mehrfach sinkt. Wenn ich halte, passiert nichts. Oh, lol. Ohne zu zielen? Ohne zielen, ja. Verrückt. Klingt zumindest besser als... Ja, ich habe nämlich auch gedacht, ich muss wieder zielen. Aber ja, okay. Ergibt Sinn. Kann nicht so lange. Tot. Okay. Schneller? Ja. Wenn wir weiter singen müssen. Dann bleiben die aber auch ganz weit, obwohl dann verbrennen die sich eher noch zusätzlich. Ja, die denken so, boah, nee, gar keinen Bock auf die Alte. Ah, guck mal. Guck mal, Podcast. Ist doch für dich, oder? Ich kann da nichts machen. Muss ich jetzt vielleicht zielen? Ah. Lol. Ah, okay. Das ist dieses Wannen. Okay, dann musst du da drauf. Ja, und dann werde ich weggeschleudert. Hui. Ah. Ich lieb's. Kommt dafür noch mehr? Muss ich noch was machen, oder machst du hier? Hier ist nochmal ein Mikro, aber ich weiß nicht, wie ich dich hier rüberkriege. Ja, das weiß ich aber auch nicht. Muss ich mich selber... Äh. Machen. Ah. Tatsächlich. Oh. Da geht sie dahin. Ich muss auf Entfernung. Machen. Wusste nicht, dass das geht. Ah. Huh. Knapp. Ja, gut. Macht irgendwie mehr Sinn, dass sie hier viel machen muss, weil... Kommt doch direkt mit drauf. Achso. Ja, macht Sinn. Dass sie hier viel machen muss, weil ist ja eher Dingens, ne? Wobei bei... Bei Dingens musste ich ja auch viel machen und das, obwohl ich... Okay. Ah, okay. Oh, Münze. Hä? War klar. Putzt sich jemand? Na, Pupsi, haben sie Pelz im Mund? Hier. He'd love it. Or hate it. He always told me to be careful. The love of his life. Nee. They were the sweetest couple. Yeah. I miss him. Grandpa? You can hear me? I promise not to ruin it. Ernsthaft? Cool. Absturz. Oh, nee. Jetzt bin ich hier unten gel... Nee. Hä? Doch. Hier unten gelandet. Ich bezweifle irgendwie, dass Jukeboxen wirklich von innen so aussehen. Ja, ich auch. Ich glaube, die haben auch nicht so ein kleines Mikro hier an der... an der Stelle. Glaube auch nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass Unkraut so aus sieht, wie das beim letzten Mal. Na doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Nein. Ich habe ein paar Mal Unkraut weggemacht. Sieht nicht so aus. Es sah anders aus. Es war nicht so aggressiv. Also schon aggressiv, aber auf andere Weise. Das ist so ein... Ah, okay. Da müssen wir uns runterlassen. Nee. Gut nicht, weil Scheibe... Ich kann dich runter... Kannst du die Scheibe kaputt machen? Ja. Ja, dann... Viel Spaß. Okay. Dann kannst du unten vielleicht was aufmachen. Ja. Oh nein. Irgendwas passiert da. Hey, this speaker has an antenna on it. I bet it's connected to your microphone. Hehe. Ich werde gut darauf aufpassen. Mhm. Lieb's. Wie das einfach vorher noch so... gecallt wird. Schön. Alles zerledern, oder? Hier sind nur so ein paar... Alle kaputt machen, ne? Ja. Alles. Alles weg. Da ist ne Scheibe. Links. Ja. Ah ja. Gib mir noch mehr, Mann. Ich werde nach dem später noch etwas kalt nehmen. Nee. War kaputt. Ich bin mir ziemlich sicher. Sie wird danach noch funktionieren. Lüft doch noch. Ja. Zumindest war ich noch Musik. Oh lol. Da rechts kannst du auch... Wir machen alles kaputt. Schön. Also nur zwei Schalter. Da waren. Da oben ist ein Mikrofon. Da musst du halt wahrscheinlich hinstellen. Da musst du es laut drehen, irgendwie, oder so. Kannst du es abstellen? Ja. Oh oh. Und das musst du hochdrehen. Oh oh. Das kann ich so wegfliegen. Irgendwie wirkt das ziemlich bedrohlich. Ah. Erst mal Gehörsturz. Wunder voll. Laseröder. Können wir jetzt Metal machen? Ja. Hä? Ach so. Es geht darum, dass sie eine Bühne aufbauen, ne? Irgendwie so weit. Okay. Speaker haben wir. Schön durch die Laser durch. Head first. Das Schildblocken, mein Schatz. Ich weiß. Ich wollte den Gag machen. Mach der doch schon. Warte, warte, warte. Ich wollte mal ausprobieren, was passiert. Okay, grün macht das... Oh. Ähm. Was passiert jetzt? Muss ich dich rüberfahren? Ja. Okay, das heißt, ich brauche Gelb. Hä? Nee. Also da, da wo du drauf drückst, da kommt eine Düse quasi. Also das geht von der Richtung aus dann. Danke. Da kommst du nicht drin, oder? Nee, da komm ich nicht hoch. Okay. Du musst da drin vorbeilotsen, irgendwie. Kann man das hören? Äh, okay. Warte. Warte. Brauchen wir jetzt erstmal wieder Gelb einmal. Ja. Okay, dann nehmen wir... Was brauche ich dann? Grün, ne? Äh. Rot. Rot? Ist das rot? Okay. Bereit? Also der kommt von da, ne? Ja. Nice. Uah. Ich mach nochmal. Ich darf nicht. Ja. Okay. Jetzt lila. Grün. Ja, reicht. Okay, jetzt grün. Grün. Okay, jetzt... Die lila. Lila. Weirdes System dahinter. Ich bin gespannt, ob es richtig war. Du meinst, wir sind an der falschen Seite angekommen? Nö, sieht doch richtig aus. Gut, ja. Nicht geschnitten. Oh, okay. Du hast den Weg jetzt freigemacht. Ich kann jetzt einfach rüberlaufen. Du bist doch Captain. Wer ist Captain? Du hast gesagt, thanks Captain zu mir. Aber du bist doch Captain. Du hast doch das Schild. Captain. Underpants. Captain Symbol. Captain Symbol? Zimbel, oder? Achso. Ich dachte jetzt so... Captain... Clay. Oha. Ja, bitte mach das Geräusch. Nice. Okay. Das ist die Frage. Ist das nur eine Strecke, die man runtersliden kann? Okay. Ah, okay. Ich bin weg. Ich bin gefallen. Okay. Ich bin gefallen. Ich bin gefallen. Oh, oh, oh. Did you hear that? Ich bin gefallen. Ich bin gefallen. Hihi. Sure. A magnificent piece of art, composed by a blob of clay. Fand es schön, dass wir beide versetzt gesprungen sind. Das ist so ein Tüm-Tüm-Wa. Das ist kein Pedal, oder? Nee. Nee. Ich wette, du kannst da auch eingeklemmt werden. Das ist ein Pedal. Da kommst du halt drauf. Schon vorstellen, dass man da ist, irgendwie. Ja. Warte. Ich bin gebiss. Schwierig. Oh, lol. Man slidet, wenn man den hier macht. Komm, mach Schlagzeug-Solo-Bobby. Ja. Du-du-du-du-dum. Du-du-du-du-dum. Oh. Wie sie aussehen, kommst du jetzt auch rüber? Ja, okay. Was müssen wir hier eigentlich machen? Weiß ich nicht. Okay. Ja. Hä? Da ist ein Keyboard hinten. An dem Ding. Ja, aber ich glaube, kommen wir da irgendwo. Achso. Ups. Ich bin verwirrt. Oh, lol. Was hab ich hier? Ich verstehe noch nicht, wofür das andere war. War Kassetten-Tapes? Bereit? Ja. Lul. Okay. Wofür war denn dann das eine, wo ich mich hoch... singen konnte? Weiß ich nicht. Einfach nur so, damit man ein bisschen Hi-Hat spielen kann, glaube ich. Kabelrutsche. Und... Tonbänder. Ich habe es. Aber nicht mehr heute. Ich? Okay. I know how to turn up. Also ich hätte... Oh Gott. Ja, das wird interessant. Ja. Du musst mich tanzen lassen. Also... Springen lassen. Dingsen. Aber ich darf nicht singen. Frech. Gut. Ja, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, heute beide so ein bisschen durch. Ein bisschen kletschig. Ja. Wenn ihr mögt, gerne einen Kommentar, Like und Abo dalassen. Wir sehen uns morgen wieder. Entweder auch wieder bei Atex2 oder einem anderen Projekt. Dankeschön fürs Zusehen. Hau da rein. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020